Damit haben selbst ihre treuesten Fans nicht gerechnet. Nach sieben Jahren hat Vanessa Mai überraschend ein Comeback angekündigt. Von diesem Auftritt versprechen sich die Fans Großes. Nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen ist, schreibt Vanessa Mai auf Instagram. Und es muss wohl eine sehr starke Idee sein, schließlich beendet sie dafür ihren siebenjährigen Boykott von Silbereisen-Shows. Diesen hatte sie einst ganz bewusst den Rücken gekehrt und das auch mit eindeutigen Statements begründet. Am 19. Oktober 2024 feiert sie beim Schlagerboom 2024 live in der ARD ihr Comeback. Vanessa Mai tritt überraschend in Silbereisen-Show auf Das kommt überraschend, Denn in ihrer ARD-Dokumentation, My Time Is Now, äußerte sich Vanessa Mai deutlich kritisch über das Schlagergeschäft und dessen Schoß, inklusive des Schlagerboom, und begründete ihre Entscheidung gegen zukünftige Auftritte mit den Worten, Ich gehe kaputt darin. Sie hinterließ keine Zweifel an ihrer damaligen Haltung, indem sie in der Doku klarstellte, dass sie auch, wenn alles den Bach runter geht, diesen Formaten fernbleiben wollte. Einer der Gründe war, dass ihr Outfits vorgeschrieben wurden, sie die Auftritte nicht nach ihren eigenen Vorstellungen hätte absolvieren können. Diese Dinge oder Vanessa Mai's Meinung dazu hat sich nun offenbar geändert. Auf Instagram schreibt sie, Ich freue mich auf den Schlagerboom. Ob es auf der Bühne zur Aussprache mit Silbereisen kommt? So mancher Fan der Sängerin hofft dies jedenfalls. In den Kommentaren unter Mai's Posting zeigten sich einige FollowerInnen und Follower interessiert an möglichen Erklärungen für den Sinneswandel. Einer davon schrieb, Fände es aber auch schön, wenn da noch ein paar erklärende Worte von dir kämen, da du so geradlinig wirkst. Sind denn die Bedingungen besser geworden? Hat sich was bei der Show geändert? Ein weiterer Anhänger zeigte sich überrascht und meinte, Damit hab ich nicht gerechnet. Weiß noch aus der Doku, dass du nicht mehr hin wolltest, Andere aber freuen sich einfach, ihr Idol in einer der großen Schlager-Live-Shows im TV sehen zu können. Videogranese Musik Untertitelung des ZDF, 2020